Ein kleines, süßes Katzenjunges und ein großer Hund wohnen hier. Und der beste Freund des Menschen würde ja gerne mit dem kleinen Wollknäuel spielen. Aber das Kätzchen hat nicht so besonders großes Interesse und putzt sich lieber ein bisschen. Auch ein Hieb mit der kleinen Tatze kann den großen Hund nicht auf Abstand halten. Aber vielleicht werden die beiden ja Spielkameraden, wenn das Kätzchen etwas größer geworden ist. Vielen Dank.